Hallo liebe SCP-07-Fans. Willkommen zurück bei unserem Format 1 gegen 1. Calvin wird jetzt kurz auslosen, was wir heute spielen werden. Geschenk einpacken. Unsere Aufgabe ist heute, drei Geschenke einzupacken auf Zeit. Der erste, der es geschafft hat, ist der Gewinner. Hier einmal die Holly, eine Weihnachtskugel, Calvin, vorsichtig, und eine Paderborn-Mütze. Und ja, das ist die Aufgabe. Drei, zwei, eins, auf geht's! Scheiße! Oh, das wird so... Don't cheat. Ich will nur... Ich will nur... Oh, man... Oh, man... Ah, man... Scheiße! Fuck! Best one, finish! Get your shit together. I will destroy you. Hey bro, don't cheat. That's not cheating though. Hey, 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 hey. It's like in training, bro, you're always cheap. Really? Oh, no, 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 no. Man! Stop! I forgot something. You stole it. Lukash, bro. Come on. For Van Aki. Enjoy your gifts. Davidежде. Ladies and철 mierda. Can we kiss the水? I喜ından. They're right here. Or let her help...